Wir in Kontakt gekommen sind, das kam über Cristiano Ronaldo. Der kannte mich und fand das, glaube ich, ganz cool, was ich mache und hat dann mich gefragt. Dann dachte man sich, hey, man kann ja mal was zusammen machen. Ich hoffe jetzt, da du mich in echt siehst, dass du mich auch cool findest. Ehrlich gesagt nein. Okay. Ist nicht so einfach, also was soll ich nicht erzählen?